Mein Name ist Sangwon Lee und ich bin 24 Jahre alt, komme aus Jood, Korea. In diesem Jahr Februar absolvierte ich Bachelorstudium an der Universität Hanyang in Seoul. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mich bei Ihnen bewerben würde. Mein Spiel besteht aus vier Teilen. Zuerst spiele ich Image von Mozart und Flotte-Konzert Nummer 1 in G-Duo, der ersten Satz von Mozart. Dann kommt Phantasy-Duo, der Freischütz von Tafanel. Als letztes können Sie Scherzo aus Ein Jummernachs-Draum von Mendelssohn hören. Ich fange jetzt mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Amen. 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 Amen.